Nach Trennung, Niki übernachtet immer noch bei Jon Senna. Sie kommen nicht voneinander los. Vor knapp einem Monat machten Jon Senna, 41, und Niki Bella, 34, ihre Trennung öffentlich. Dabei hatten sich die V-Stars erst ein Jahr zuvor während eines Wettkampfes verlobt. Ihre sehr unterschiedlichen Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft sollen letztendlich allerdings zu einem überraschenden Ende ihrer Beziehung geführt haben. Noch immer leiden die beiden deshalb unter Liebeskummer doch die Zeichen für ein Comeback stehen gut, Niki soll weiterhin bei ihrem Ex übernachten. Schon des Öfteren wurden gemunkelt, dass die Trennung der Athleten nicht endgültig wäre. Wie es tatsächlich um eine mögliche Reunion des Ex-Paares steht, verriet nun ein Inselder gegenüber Osweglü, Niki ist nicht aus Wohnung ausgezogen, obwohl sie es wirklich vorhatte, nachdem die Hochzeit abgesagt worden war. Ihr Verflossener hatte aber offensichtlich auch nichts dagegen, dass seine frühere Flamme weiterhin mit ihm zusammenlebt. Ob sich die zwei am Ende vielleicht doch wieder zusammenraufen werden? Ein Freund aus dem Umfeld der Sportler zeigte sich gegenüber People zuletzt überaus zuversichtlich, sie sind eindeutig auf dem Weg der Versöhnung, zitiert ihn das Magazin. Letztendlich könnten und trotz Trennung einfach nicht die Finger voneinander lassen, Jon ist die Liebe ihres Lebens und sie ist definitiv die Liebe seines Lebens und das verschwindet nicht über Nacht. toilet rif Dos inf vier vier im Untertitelung des ZDF für funk, 2017